So, Hallihallo, Hallöchen hier zu einer neuen kleinen Stream-Ankündigung. Ja, es ist wieder die erste Woche im neuen Jahr sogar, nicht nur im neuen Monat, sondern wirklich auch im neuen Jahr. Also alle, denen ich es noch nicht gewünscht habe, herzlich willkommen 2017, euch einen guten Start ins neue Jahr. Und dadurch, dass das Jahr jetzt hier neu losgeht, damit auch der Monat, ist wieder ein neuer Stream angesagt. Und zwar mal wieder um die zwei am Freitag, also diesen Freitag, den 16.01. um 19 Uhr hier, wie ihr es schon gewohnt seid, auf YouTube. Also, das sind so die Eckdaten, diesen Freitag 19 Uhr und dafür brauche ich ein bisschen eure Mithilfe. Und zwar, in letzter Zeit, habt ihr gesehen, kamen relativ viele Umzie-Folgen und deswegen bin ich gerade so ein bisschen ratlos, was ich denn mal gerne so zeigen würde. Und deswegen, schreibt mal eure Bus- und Map-Vorschläge unten in die Kommentare, was ihr immer gerne wieder sehen würdet. Also Map und Bus, ihr könnt auch nur Map und nur Bus und je nachdem, was euch halt so gerade so auf der Zunge liegt, beziehungsweise auf den Finger, ihr tippt das ja dann in die Kommentare ein. Also, Bus- und Map-Wünsche sind jetzt gerne erwünscht, was ich ja sonst generell bei Omzie nicht ganz so gerne habe, weil ich da ein bisschen meinen eigenen Kopf habe, was ich gerne zeigen würde. Aber jetzt bin ich gerade ein bisschen ratlos, das heißt, wünscht euch Maps, wünscht euch Busse. Aber wichtig, beachtet bitte, das Problem ist nämlich, ja, jetzt wünschen sich, ich weiß nicht, wie viele Leute dieses Video sehen, es sehen auf jeden Fall einige Menschen, sehr viele Menschen. Und es werden sehr viele von diesen Menschen oder einige von den Menschen werden auf jeden Fall jetzt was in die Kommentare schreiben und sich was wünschen. Mache ich sogar zwei Wünsche abgeben. So, ich kann allerdings insgesamt nur drei Maps und drei Busse mit in den Stream nehmen, weil das halt immer so ist, ne. Und deswegen, ach, besser auch eine Linie jetzt, wenn der Map am besten auch ein bisschen mit Linie oder so, das ist gar nicht mal verkehrt. Also sowas damit, was ich direkt so fahren könnte, wenn ich wollte. Das Problem ist halt, ihr seid sehr viele und ich habe eben nur drei Sachen, die ich daraus jetzt auswählen muss. Und geht also mal nicht unbedingt davon aus, dass genau euer Vorschlag genommen wird, weil ihr werdet nur traurig sein. Bei so vielen Leuten, wie sie sich das wünschen, ja, wird das schwierig. Wie gesagt, ich muss mir drei Sachen davon aussuchen und dann werden jetzt die meisten von euch leider enttäuscht sein. Deswegen bin ich auch generell so ein bisschen immer gegen diese Demokratie, also gegen, ja, wünscht euch was, ich mache das. Es geht bis zu einer gewissen Anzahl von Wünschen noch gut und drüber halt nicht. So, und ich werde jetzt wirklich auch rein rechnerisch, wird der Großteil, also die Wahrscheinlichkeit, dass dein Wunsch genommen wird, ist leider vergleichsweise gering. Aber versuch es trotzdem, ne, und versuch vielleicht auch nicht unbedingt das auszusuchen, was irgendwie gerade schon gestern gefahren wurde oder so. Gestern in der OMSI-Folge oder heute in der OMSI-Folge. Nicht unbedingt vielleicht das wünschen, weil dann ist es nochmal ein bisschen unwahrscheinlich. Also vielleicht was, was ihr mal wieder gerne sehen würdet. Ja, genau, ne. Und dann suche ich mal ein bisschen was aus. Ihr könnt da auch gerne mit den Daumen rumrangieren. Also mit Daumen nach oben für, oh ja, der Vorschlag gefällt mir und sowas. Also damit ich auch so ein bisschen sehe, wenn das schon da steht, so, dann könnt ihr dem Daumen auch, äh, dem Daumen einen Kommentar nach oben geben. Hm? Könnt ihr dem Vorschlag auch gerne einen Daumen nach oben geben oder sowas. Dann, ja, hat das eben den Vorteil, dass, äh, ich sehe, oh, das hat sich ja nicht nur eine gewünscht, das haben sich jetzt fünf Leute gewünscht, zum Beispiel. Also das ist, damit wir da so ein bisschen, bisschen Demokratie reinbekommen. Im Endeffekt wird es leider trotzdem noch davon auslaufen, dass ich das irgendwie noch selektiere. Aber bitte nicht traurig sein, wenn euch das nicht drankommt. Und bitte da nicht irgendwie im Stream, aber du hast auch gesagt, wir sollen uns sagen, Mensch, das hast du mir jetzt gar nicht drangenommen. Das tut mir wirklich leid, dass ich nicht alles mit reinnehmen kann, aber es ist nun mal einfach so. Ich will nicht als Arsch rüberkommen, deswegen erzähle ich das jetzt in alle Ewigkeit, aber ich glaube, das ist jetzt lächerlich. Egal. Ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Ihr versteht auch das Problem, das ich habe. Und ich fühle mich dann immer so unfair und so gemein, wenn ich das aussuchen muss und dann wünsche, nichts liegen lassen. Deswegen, wie gesagt, mache ich das gar nicht mal so gerne mit diesem, ja, sucht euch was aus. Oder stimmt mal kurz im Chat ab, ja oder nein, da ist dann vielleicht 50-50 und dann ist natürlich die eine Hälfte angepisst. Weil, ja, ich war ja dagegen. Aber weißt du, wenn ich es dann einfach nur gemacht hätte, ohne zu fragen, dass einige dann hätten es auch die, die dagegen waren, einfach als Entscheidung so akzeptiert, dann wären weniger angepisst gewesen. Deswegen mache ich das so ungerne. Ich glaube, ihr versteht, was ich meine. Aber es ist einfach so. Also schreibt euch Sachen in die Kommentare, Maps, Busse, Linien, Käsekuchen, nee, keine Ahnung. Also schreibt auf jeden Fall Sachen da, Vorschläge und so. Und auch bitte nicht bis Freitag 18 Uhr da die Wünsche hinschreiben, weil, ja, ne, also diesen Freitag ist ja der Stream. Und ihr wisst ja immer, ich mache, ich gebe mir immer riesen Mühe mit diesem tollen Thumbnail, habe ich glaube ich schon mal erzählt. Und, ja, genau. Deswegen, das stelle ich meistens ungefähr einen Tag vorher heißen. Also es wird mich wahrscheinlich, wird mich im Laufe des Donnerstags, irgendwann mal gegen Nachmittag, Abend, werde ich mir diese Thumbnail setzen. Und bis dahin werde ich halt eben diese grandiose Kurzumfrage auswertet, gehabt sein werden, haben, tun sein müssen. Also alles, was so Freitag noch reinkommt, das werde ich dann, was dann nicht mal leider berücksichtigt. Das tut mir da doll nicht leid, aber so ist das halt, ne. Auf jeden Fall heute und bis morgen Mittag schön fleißig hier Vorschläge posten. Ja, genau. Damit ich nicht so ratlos bin, weil ich habe echt, ich habe noch so ein paar Sachen schon aufgenommen. Also es kann auch zum Beispiel sein, dass ihr euch jetzt was wünscht, was ich schon für, keine Ahnung, nächste Woche Montag aufgenommen habe oder so. Weil es geht langsam wieder auf die Klausurenphase zu. Und dann muss ich gucken, dass ich ein bisschen was auf die Kette bekomme, dass das ein bisschen länger hält. So, ne, auf jeden Fall. Genau. Wünsche ganz gerne und nicht traurig sein, wenn es leider nicht euer Wunsch wird. So, das war das, was ich innerhalb von 10 Sekunden hätte sagen können, aber jetzt wieder auf 5 Minuten ausgedehnt habe. Macht's auf jeden Fall gut. Gut, ich freue mich auf den Freitag, 19 Uhr. Der 6.1. ist das. Wie immer an gewohnter Stelle hier auf YouTube, genau. Und dann braucht's auch wieder ein bisschen bis der nächste Stream kommt. Weil der nächste Stream, den lege ich dann erst nach, also auf nach die Klausurenphase. Das heißt, der wird wahrscheinlich ein bisschen später oder so kommen im Februar, ne. Aber so ist der Tat, ne. Da kannst du nichts machen. Also, macht's auf jeden Fall gut. Bis dahin, äh, ja. Bis dahin. Macht's gut. Euch noch einen schönen Tag heute und bis dahin. Tschüssi.